Hi Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen hier bei Plughouse auf dem Kanal. Heute reden wir ein bisschen über das Karrieremachen bei der Bundeswehr. Wie sieht das Ganze aus? Was für Möglichkeiten hast du? Und ich bin immer so ein Typ, ich sehe Karrieremachen immer ein bisschen auf einem anderen Weg und ich finde das auch viel geiler so zu erklären oder so ein Video drüber zu machen, als wenn wir jetzt sagen würden, okay, du hast die Möglichkeit, wenn du den und den berufen hast, dann steigst du so auf und das ist die andere Möglichkeit. Dann kannst du so aufsteigen und irgendwann bist du so hoch und dann ist es einfach scheiße. Ja, muss ich jetzt hier auch immer sagen, finde ich einfach kacke. Und zwar für mich ist Karriere immer so ein bisschen ein anderes Thema. Karriere sehe ich nämlich die Möglichkeit, was habe ich für ein Ziel, was möchte ich erreichen und wo ist mein Endpunkt? Bei mir ist immer, Karriere gibt es für mich immer einen Endpunkt. Viele sagen, okay, ja ich bin so ein Karrieremensch, ich möchte das ganze Leben nur Karriere machen, ich möchte richtig Geld verdienen, scheiß auf alles, scheiß auf Familie, ich möchte einfach nur Kohle verdienen, mein Leben leben, Spaß haben. So sehen viele Karrieremachen und ich sehe das so ein bisschen anders. Ein kleines Beispiel von mir aus gesehen. Ich bin mit 18 Jahren zur Bundeswehr gegangen, mein Plan war es, 10 Jahre lang Karriere zu machen. Also das heißt, ich fange an, mache 4 Jahre meine Grundausbildung, dann bin ich ungefähr 22, also meine Grundausbildung, meine Ausbildung zu meinem Beruf bin ich ungefähr 22. Mit 26 gehe ich ungefähr in den ersten Auslandseinsatz, habe dann schon so eine Basis geschaffen quasi an Erfahrungen, an allem Möglichen. Ich habe dann quasi so eine Basis schon mal geschaffen. Und dann mache ich nochmal zwei Jahre so ein bisschen, sage ich mal, meinen Dienst, um in allem vertraut zu werden, um dann richtig vorbereitet zu sein. Weil wenn man alles drauf hat und alles kann, dann kann man sich auf andere Dinge konzentrieren. Und mein Plan war es dann, so mit 28 so ungefähr, alles rundherum, um mich aufzubauen. Das heißt, wir fangen an mit Familie. Wenn man zu der Zeit oder in dieser Zeit eine Frau oder eine Freundin gefunden hat, dass man sich dann quasi aufbaut, okay, ich habe jetzt eine Frau, eine Freundin, vielleicht sogar schon ein Kind, wer weiß, keine Ahnung. Und man baut sich dann alles drumherum auf. Das heißt, ja, hier ein Haus, ja, finanziell abgesichert, Auto, alles Mögliche, dass man sich das quasi dann darumherum aufbaut. Und ich sage immer so, wenn man etwas möchte, dann schafft man das auch. Ich habe es mir leider in dem Sinne mit der Bundeswehr verbockt. Ja, ist halt meine eigene Schuld und kann jetzt im Bereich Bundeswehr keine Karriere mehr machen. Habe Gott sei Dank jetzt eine Arbeit gefunden oder, ich sage immer, eine Möglichkeit oder eine Stelle gefunden, wo man auch Karriere machen kann und wo man das Gleiche im gleichen Maße auch schaffen kann. Und da bin ich sehr stolz drauf und bin auch sehr glücklich und, ja, bin motiviert auf jeden Fall. Und es ist so, dass viele natürlich sagen, ich möchte jetzt Karriere machen bei der Bundeswehr. Ich habe mein Abi fertig, ich gehe jetzt als Offizier zur Bundeswehr. Und bleibe, bis ich 54 bin bei der Bundeswehr oder 56 bei der Bundeswehr. Gehe dann in den Ruhestand. Genieße mein Leben. Ciao. Das sind so viele, die ich höre. Viele, die ich höre, sagen aber auch einfach so, ja, ich bin 18, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich gehe jetzt erstmal vier Jahre zur Bundeswehr, mache meine Ausbildung da, verdiene Megakohle und läuft. Ja. Die Frage ist immer nur, was ist nach den vier Jahren? Ja, was ist wirklich nach den vier Jahren? Du bist bei der Bundeswehr gewesen, hast vier Jahre Dendienst gemacht, warst vielleicht zweimal im Ausland, hast richtig gutes Geld verdient, ja. Hast pro Auslandseinsatz deine 30.000 Euro bekommen, bist am Ende, keine Ahnung, nach der Bundeswehr, hast du gut Geld auf dem Konto und sagst dir dann, okay, jetzt mache ich irgendwas anderes, ja. Und du machst dir zum Beispiel keine Ausbildung. Da musst du dann erstmal eine Ausbildung machen, verdienst 800, 900 Euro im Monat in der Ausbildung und bist eigentlich deinem Schritt zur Karriere nicht viel weiter. Deswegen finde ich, es ist wichtig, dass man sich schon von vornherein überlegt, was möchte ich, wo ist mein Ziel, ja, und sich dann auch anschaut, was habe ich für Möglichkeiten, ja. Jemand zum Beispiel, wir nehmen den Beruf IT-Systemelektroniker. Ich gehe zur Bundeswehr, verpflichte mich für 13 Jahre als IT-Systemelektroniker bei der Bundeswehr, mache meine Ausbildung, dann mache ich vier Jahre meine Ausbildung, mache dann über die Bundeswehr eine Meisterschulung, also als Meister, als IT-Systemelektroniker Meister und habe dann quasi eine Ausbildung, einen Meisterbrief, ja, und könnte theoretisch gesehen einen eigenen IT-Laden aufmachen, weil ich halt den Meister habe. Also, mein Plan wäre es, 13 Jahre bei der Bundeswehr bleiben, den einen oder anderen Auslandseinsatz mitnehmen, mitmachen, gutes Geld zu verdienen, nach 13 Jahren aus der Bundeswehr rauszugehen, meinen eigenen IT-Laden aufzumachen, selbstständig zu werden und in meiner Selbstständigkeit quasi als IT-Systemelektroniker Meister mein Geld zu verdienen. Das wäre jetzt so ein Plan, wo man sagen würde, der ist schon gut, ja, das ist ein guter Plan, ja, und genauso kannst du fast alle anderen Dinge auch weitermachen quasi, ja, und das ist immer, finde ich, wichtig. Wenn man jetzt natürlich sagt, ich möchte Offizier werden, dann ist das natürlich auch möglich, ja, zum Beispiel Offizieranwärter, Studium, möchte Arzt gerne werden oder sagen wir einfach Medizin, studiert Medizin bei der Bundeswehr, wird dann Arzt und hat dann natürlich auch die Möglichkeit, entweder verpflichtet er sich als Berufssoldat bei der Bundeswehr, bleibt dann bis zum Ruhestand bei der Bundeswehr, ist dann Arzt, verdient gutes Geld, hat viele Möglichkeiten, muss aber viel arbeiten, muss oft in Auslandseinsatz und weiß in Wirklichkeit gar nicht, wo er wirklich arbeiten muss, ja, da ist Familie dann ein sehr großes Problem. Bei der Bundeswehr ist es wirklich so, dass Familie immer ein kleines Problem sein wird, ja, nicht immer, und man kann es hinbekommen, dass es kein Problem ist, aber gerade so Sachen wie zum Beispiel Arzt, ja, oder Dinge wie, wir nehmen den Arzt, ist das einfachste Beispiel. Du hast, manchmal bist du nicht bei der Familie, musst irgendwo hin, musst im Krankenhaus, bist 24 Stunden im Krankenhaus, siehst nicht oft deine Familie, vielleicht bist du sogar noch 300, 400 Kilometer von deiner Familie getrennt, hast dann auch nicht immer jedes Mal die Möglichkeit zurückzufahren und bist dann, sage ich auch einfach mal, eine Woche nicht mal da. Und ob das jede Familie oder jede Frau und ob das auch für die Kinder gut ist, das muss immer jeder für sich selber entscheiden. Ich sage, es muss jeder selber wissen, aber du hast auf jeden Fall die Möglichkeiten, je nachdem, welche Richtung du einschlägst, eine richtig geile Karriere bei der Bundeswehr zu machen, das definitiv und auch definitiv auf deine Zukunft gesehen, eine Menge Kohle zu verdienen, eine Menge Spaß zu haben, eine Menge Erfahrung mitzunehmen und an einer Menge in deinem Leben zu erreichen, sei es jetzt die Qualifikation, was auch immer und auch die Möglichkeit, über dich hinaus zu wachsen und die Möglichkeit, von ganz unten nach ganz oben zu kommen. Auch das ist deine Möglichkeit bei der Bundeswehr. Wenn ihr spezielle Fragen habt, sei es jetzt zum Beispiel, ihr habt euch vorgestellt, ihr wollt als Mannschaft da anfangen, ihr verpflichtet euch vier Jahre, wollt dann eine Ausbildung machen und immer höher und immer höher, schreibt es unten in die Kommentare. Ich schaue mir das Ganze mal an, gehe ein bisschen so durch, okay, was könnten jetzt Konfliktpunkte sein, wo man jetzt sagen würde, okay, da kann es ein bisschen komplizierter werden, aber das schaue ich mir an. Wenn nicht, schaut bei mir auf Instagram vorbei, René Siemens, ja, schreibt mir deine Nachricht, ich helfe euch sehr gerne weiter, wir besprechen das Ganze. Natürlich alles kostenlos, ja, viele schreiben mich immer an, jo, kannst du nicht für mich so ein kleines Coaching machen, ich überweise dir auch Geld und so, dann denke ich mir so, Leute, ja, ich mache das hier, weil ich die Menschen informieren möchte und weil ich den Menschen helfen möchte. Ja, was Besseres zu machen, als wie ich es gemacht habe. Ich bedanke mich, dass ihr das zugesehen habt, ich wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, ciao.